Hallo ihr Lieben, wir machen heute eine Zeitreise mit euch. Wir reisen nämlich heute nach London an einen warmen Sommertag in den 80ern. Welcher Tag das genau war und warum wir dahin reisen, erfahrt ihr gleich. Wir machen diese Zeitreise aber nicht alleine, sondern wir nehmen einen tollen Gast mit und dann würde ich sagen, lieber Gast, verrate doch mal, wer du bist. Hallo, ich bin die Annelie Malun und habe den Podcast Annelies Royale Welt und ich war schon mal bei euch. Also eure Podcast-Fans könnten mich kennen und ich bin beim SWR die royale Expertin. Ja, vielen lieben Dank, dass du wieder, du warst ja schon mal da, was du gerade schon gesagt, dabei bist. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich bin total froh, hier zu sein in euren Weiberspeck-Podcast. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin auch froh, das zu machen, weil ich bin ja jetzt viele Monate ausgefallen. Ich hatte mir doch die Schulter gebrochen und konnte nicht arbeiten. Und mein royaler Podcast hat auf Eis gelegen. Da ist jetzt auch eine Folge über die Queen draußen, eine neue. Ja, und wir reden heute über die Hochzeit von Di und Charles. Ich habe mir noch mal so alles ein bisschen durchgelesen, weil ich hatte auch mal eine Folge gemacht, 40 Jahre Hochzeit, Charles und Diana. Und da gibt es so viele Aspekte. Ja, und es gibt so viele Aspekte und so. Und ich vergesse dann manchmal Sachen auch wieder. Das ist ganz schlimm und das ist natürlich auch echt peinlich. Und das Problem ist, ich kann mir so schlecht auch Zahlen merken. Also ich schmeiße, ich schmeiße es dann durch und kann das oftmals durcheinander schmeißen. Also seht es mir nach, wenn ich dann mal ins Stocken gerate und vielleicht noch mal so einmal noch mal spitzen muss in meinen Unterlagen oder mal nachgucken muss. Also so. Sollen wir dann starten? Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns bist für diese besondere Zeitreise, die wir heute unternehmen wollen. Denn wie gesagt, wir reisen ja nach London an einen ganz besonderen Tag. Willst du uns verraten, welcher Tag das war und warum der so wichtig ist? Das war Ende Juli und zwar genauer der 29. Juli 1981. Die Älteren von uns werden sich erinnern, als sie vor dem Fernseher saßen und sich das angeschaut haben. Und zwar die Hochzeit von Lady Di und Prinz Charles in der St. Paul's Cathedral in London. Aber ich muss dazu sagen, das Wetter war jetzt nicht so toll. Es war bewölkt. Die Sonne war nicht draußen. Das muss man leider an der Stelle mal sagen. Naja, es ist London. Was willst du erwarten, ne? Aber bevor wir richtig in die Hochzeit einsteigen, dachten wir uns, rudern wir kurz zurück und fragen uns erstmal oder fragen dich erstmal, woher kannten sich eigentlich Charles und Diana und wie ist es überhaupt zu dieser Vermählung gekommen? Also es war so, dass eigentlich Charles ursprünglich mit der größeren Schwester von Di so ein bisschen angewandelt hatte. Denn die Beziehung mit Camilla, die er ja hatte, was wir jetzt auch in der Nachschau wissen, war ja nicht gewollt von der britischen Königsfamilie. Man musste sich halt umschauen in den diversen Adelsfamilien, wo es im Prinzip, sagen wir, das hört sich jetzt sehr technisch an, aber Hochzeitsmaterial gibt. Also wo ist jemand, der standesgemäß in das britische Königshaus einheiraten kann? Und es war dann eben so, dass die Familie von Di, also die Spencers, das ist eines der ältesten Adelsgeschlechter in Großbritannien und auch ein angesehenes Adelsgeschlecht. Und man kennt sich natürlich da auch. Und es war so, dass also dann Charles angewandelt hat mit der Schwester von Di, aber eines Tages und nicht so wie die Leute, die The Crown gesehen haben, dass sie quasi da plötzlich getanzt hat und Charles ist darauf aufmerksam geworden, weil er zufällig dort war in Orthorpe. Das ist ja der Stammsitz der Familie Spencer. Nein, sondern es war einfach eine Party und die kleine Di oder die junge Di kam ins Wohnzimmer und plötzlich war Charles, ja, irgendwie geflasht von ihr, weil sie halt so ein lebensfrohes Kind oder lebensfrohes Mädchen einfach war oder junges Mädchen war. Einfach mit viel Pepp und mit Witz und das hat Charles imponiert an der Stelle. Das muss man schon sagen. Also es war nicht so, dass Charles sich nicht von ihr angezogen, also nicht angezogen gefühlt hat, sozusagen. Aber die junge Diana war ja auch einfach bezaubernd. Also wie hätte man sich denn nicht von ihr nicht angezogen fühlen können? Absolut, ja. Und so kam das dann. Und im Grunde wurde dann die, sagen wir mal, Verbindung aufgelöst mit der Schwester von der Di und dann hat man sich halt getroffen. Aber man hat sich nicht oft getroffen. Also es ist unter 20 Mal, bis es zur Hochzeit kam, beziehungsweise zur Verlobung kam, die kannten sich nicht wirklich. Also das war schon so. Und es war natürlich auch so, dass Druck ausgeübt wurde auf Charles, denn er sollte einfach jetzt endlich mal heiraten, denn er war ja schon, ja, über 30. Und es war dann schon so, dass man gesagt hat, jetzt muss der einfach mal die Pötche kommen, sage ich jetzt mal. Und ja, und so kam das dann, dass auch gerade sein Vater, Prinz Philipp, ihn sanft unter Druck gesetzt hat und hat gesagt, er muss jetzt einfach mal hier in Aktion gehen. Und daraufhin kam es dann natürlich zum Heiratsantrag. Aber im Endeffekt, also es sagen auch viele Quellen, hat Prinz Charles gehofft, dass Di nicht Ja sagt. Das war schon so. Also weil sein Herz, das wissen wir auch heute, war einfach bei Camilla. Aber auf eine Art und Weise war Charles dann doch in Di verliebt. Das muss man schon sagen. Und er hat auch eine Liebe für sie empfunden. Also es war jetzt nicht so, dass er sie gehasst hat und es ganz schrecklich fand, mit ihr zusammen zu sein, denn er hat natürlich auch von ihr, sagen wir mal, auch was das Mediale betrifft, auch profitiert. Und auch das Image und auch für das Image des Königshauses war es natürlich sehr gut, dass eine Adliger einheiratet. Deswegen wurde sie ja auch Prinzessin Di, was ja Herzogin Kate nicht ist. Kate wird niemals Prinzessin, weil sie nicht adlig ist. Ja, dazu kommen wir auch später noch. Das ist nämlich auch eine spannende Frage, was Diana eigentlich war und wie man sie bezeichnen sollte. Aber wie du auch gerade gesagt hast, er hat eigentlich insgeheim gehofft, dass sie dann doch Nein sagt. Aber wir wissen, sie hat ja gesagt. Und so kam es zu diesem grauenhaften Verlobungsinterview. Genau. Da bricht selbst mir das Herz. Also wie schlimm muss das für Diana gewesen sein? Oh Gott, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir sind dann also verlobt. Wir gehen auf die Hochzeit zu. Und da frage ich mich, wer plant denn so eine royale Hochzeit? Gab es da einen Weddingplanner oder durfte Diana irgendwas mitbestimmen? Also wie ging das vonstatten? Also sie durfte schon mitbestimmen. Teilweise, wer eingeladen wird. Und sie durfte auch etwas mitbestimmen, wie die Hochzeit ein wenig auszusehen hat. Aber im Großen und Ganzen gibt es da einen Stab oder gab es einen Stab im Palast. Und da muss man ja ganz viele Dinge beachten, weil das ist ja nicht eine normale Hochzeit, wie wenn wir jetzt heiraten in irgendeiner Kirche und gehen dann feiern im Landgasthof oder was weiß ich, in einer tollen Location. Sondern dann gibt es dann halt ganz, ganz Regularien und Dinge, die beachtet werden müssen, weil es kommen Staatsoberhäupter, es kommen andere Könige, Königinnen, also Vertreter der Monarchien. Also von daher ist es dann halt schon eine andere Kiste und da steckt eine ganz andere Organisation dann auch dahinter. Also da ist mit Spracherecht, sagen wir mal, begrenzter. Da kann man vielleicht nochmal sagen, ich hätte gerne beim Blumenschmuck, wenn es ginge, die und die Farbe. Aber den großen Einfluss kann man da nicht nehmen an der Stelle. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber man muss ja auch sagen, es lief ja nicht alles reibungslos, oder? Also wir wissen ja heute, dass es vor der Hochzeit schon einen Moment gab, der Diana ins Zweifeln gebracht hat, sagen wir es mal so. Was ist denn da passiert so kurz vor der Hochzeit? Also es war natürlich so, das ist auch wieder eine Nachschau, das wusste man damals ja natürlich nicht, dass sich Charles immer wieder dann auch weiterhin mit Camilla getroffen hat. Es war nicht so, dass die Beziehung zu Camilla dann gekappt war. Also es gibt da auch wieder viele, viele Quellen. Natürlich war keiner derjenigen jetzt nochmal mal dabei direkt oder derjenige. Aber die Beziehung wurde einfach weiter aufrecht erhalten. Also man hat sich gesehen und es ist halt so, Charles hat auch gerne Geschenke gemacht und das hat natürlich Dai auch mitbekommen. Und sie wusste immer, also sie ist da jetzt nicht ganz naiv in diese Beziehung gegangen. Das muss man an dieser Stelle auch sagen, weil sie wird ja immer so ein bisschen glorifiziert. Die arme Dai, die da reinkam und der Charles, der sie betrogen hat. Diana wollte auch gerne in dieses Königshaus einheiraten. Das ist jetzt nicht so, dass sie da gezwungen wurde. Das war schon auch von ihr auch, ja man muss sagen, ein Traum. Einmal Prinzessin zu sein. Das muss man jetzt mal so ganz nüchtern an der Stelle sagen. Und sie wusste sehr wohl, es gibt Camilla, es gibt diese Beziehung seit Anfang der 70er, dass es schwierig wird. Aber sie hatte immer gehofft, mit dem Tag der Verlobung, mit dem Tag, dass er sich committet, dass er Camilla gehen lässt. Oder auch Camilla sie gehen lässt. Aber Camilla hat auch Charles empfohlen, weil sie war da zu dem Zeitpunkt ja mit einem anderen Mann verheiratet, Camilla. Und zu dem Zeitpunkt hat dann auch Camilla gesagt, Diana ist jemand, den du heiraten kannst. Weil sie nämlich auch, also Camilla, muss man auch sagen, ich muss da immer wieder die Fahnen hochhalten für Camilla, weil immer die Leute Camilla so schrecklich finden. Oder viele, finde ich gar nicht. Camilla war sehr schlau. Sie hat gesagt, das ist gut für das Screeningshaus, das ist gut für dein Image, wenn du Diana Spencer heiratest. Und sie hat immer die Füße stillgehalten, Camilla. Sie war ja immer im Hintergrund. Und sie wusste, der Tag wird kommen, an dem Charles und ich zusammen sein werden. So kam es ja dann auch. Aber es gibt ja schon auch so eine Geschichte, oder? Dass sie kurz vor der Hochzeit so ein Perlenarmband oder irgendein Armband gefunden hat, das für Camilla bestimmt war. Und dann ja eigentlich die Trauung auch absagen wollte, oder? Ja, also das war ja sozusagen der letzte, sagen wir mal, das letzte Tröpfchen so, was das Fass hat zum Überlaufen bringen. Das war ein Armband mit den Abkürzungen ihrer Kosennamen. Und das hat sie gefunden, beziehungsweise sie hat es entdeckt beim Sekretär und hat gefragt, weil sie dachte, es wäre für sie. Und dann hatte sie kurzfristig überlegt, die Hochzeit abzusagen. Aber da war ja dann schon alles vorbei. Ich meine, diese Planung ging ja über Monate. Also das ist ja nicht so, dass man so schnell das canceln kann. Und dann war das zu spät. Aber sie war ja auch sehr jung. Also das muss man ja auch dazu sagen. Also sie war blut jung und wusste es nicht und hätte wahrscheinlich anders entschieden, wenn sie älter gewesen wäre. Aber so ist es. Hätten die beiden sich nicht gefunden, Charles und Diana, das muss man natürlich auch sagen, gäbe es Harry und William nicht. Es ist ja auch so. Und dann gäbe es nicht, dann gäbe es nicht Kate, dann gäbe es nicht die süßen Kinder und so weiter. Also von daher, es ist so gekommen, wie es ist. Und denke auch, dass es so gut war, letztendlich. Jetzt losgelöst davon, was Diana passiert ist mit diesem schrecklichen Unfall, aber letztendlich und wie die sich da durchgequält haben. Und für Charles war es auch, muss man natürlich auch an der Stelle sagen, es war nicht nur für Diana schlimm. Es war auch für Charles nicht toll, eine Frau zu heiraten, die eigentlich gar nicht die Frau ist, die er zutiefst liebt, wie er Camilla liebt. Das stimmt schon. Ich meine, also meine Mutter darf sich diesen Podcast nicht anhören, sonst werde ich enterbt. Aber ich persönlich denke auch manchmal, dass die Liebesgeschichte zwischen Camilla und Charles ein bisschen unterschätzt wird irgendwie. Also weil es immer nur von Diannas Sicht ausgesehen wird. Weißt du, die arme Diana. Und natürlich, ich bin auch voll bei Diana. Ich fühle für Diana. Du solltest auch keine Frau heiraten, die du nicht liebst, wenn du eigentlich eine andere liebst. Ich bin da voll dabei. Aber man muss sich ja auch mal vor Augen führen, dass Charles und Camilla sich jetzt seit so vielen Jahrzehnten lieben und immer noch lieben und immer noch aneinander festhalten. Und das ist eigentlich auch eine schöne Liebesgeschichte. Absolut. Also ich finde eigentlich, das ist eigentlich die Geschichte, muss man sagen. Ja, also wenn du so willst, schon. Und wie gesagt, und man unterschätzt Camilla immer und sagt immer Camilla irgendwie wegen ihres Aussehens und so. Ich meine, sie sah auch in den 60er, 70er Jahren sah sie gut aus. Und ich finde, sie sieht auch heute gut aus. Sie ist immer top angezogen. Also für ihre, also es passt zu ihrem Typ, finde ich. Und sie hat immer, es hört sich jetzt oberflächig an, aber sie hat immer die Haare gut. Also sie sieht nie, sie ist immer super gepflegt und sie ist auch intelligent. Also man denkt immer so, die ist irgendwie so eine, ich sag's jetzt mal, irgendwie so so eine dahergelaufene. Aber so ist es nicht. Also Camilla ist intelligent und sie wusste immer, sie muss, sie weiß, wusste genau, wie sie sich zu verhalten hat. Sie wusste, dass sie in den Hintergrund tritt, wenn Charles Diana heiratet. Und also jedenfalls mal öffentlich. Sie haben sich ja immer wieder getroffen. Und das ist einfach, ja, es ist die Liebesgeschichte eigentlich im britischen Königshaus mit einer der Liebesgeschichten, großen Liebesgeschichten. Ja. Ich würde gerade sagen, ich stimme dir da eigentlich zu, aber ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sehen das anders. Ja. Und würden jetzt protestieren. Natürlich, weil es natürlich auch so eine, wie soll ich sagen, man stellt sich ja gerne auf eine Seite. Und ich denke mir, man sollte einfach auch in der Beziehung einfach beide Seiten sehen. Und natürlich hat man gerne ein, sagen wir mal, platt gesagt, Hassobjekt, was Camilla war über Jahrzehnte. Du musst ja fairerweise aber auch sagen, dass Diana natürlich auch praktisch die Opferrolle hat. Wisst ihr, was ich meine? Also sie ist die Betrogene. Also natürlich stellt man sich auf ihre Seite. Ich bin auch auf ihrer Seite. Ich will gar nicht, dass... Also Mama, ich bin auf ihrer Seite. Wenn du das hier hörst. Ich bin voll bei Diana. Gerne. Aber trotzdem finde ich, dass die Liebesgeschichte zwischen Charles und Camilla auch irgendwie süß ist und irgendwie ein bisschen underrated wird. Aber naja. Aber wir wissen ja auf jeden Fall zurück zu unserer, also unserer eigentlichen Hochzeit, über die wir heute sprechen. Wir wissen, Charles und Camilla sollte damals nicht sein, sondern Charles und Diana sind vor den Trauertar getreten. Mhm. Aber der Trauertar, vor dem sie getreten sind, also die Kirchen, der sie geheiratet haben, war ja auch was Besonderes, oder? Mhm. Ja, das ist die St. Paul's Cathedral. Und zwar eigentlich denkt man ja, sie hätten in der Westminster Abbey geheiratet. Und interessanterweise, wenn man drüber redet und sagt dann St. Paul's, ist mir schon passiert, dass man mich berichtigt hat und gesagt hat, nee, nee, das war die Westminster Abbey. Aber es war nicht die Westminster Abbey, es war nämlich die St. Paul's. Und zwar wollte das Charles unbedingt, weil die St. Paul's hat eine wahnsinnige Akustik, die die Westminster Abbey nicht so hat. Und weil Charles sehr ein großer Musikliebhaber ist, wollte er eben, dass das musikalisch pompös wird, was es dann auch war. Ich war ja dann auch in der St. Paul's Cathedral, gerade im Oktober vergangenes Jahr, als ich auf den Spuren von der Dai war. Das ist wirklich eine sehr, sehr auch schöne Kirche, auch imposante Kirche, aber natürlich nicht im Vergleich mit der Westminster Abbey, weil die halt viel weiter nach oben ragt und viel höher ist und so, aber auch sehr schön. Genau. Und deswegen hat Charles gesagt, er möchte in der St. Paul's Cathedral heiraten und nicht in der Westminster Abbey. Dort, wo ja Kate und William geheiratet haben oder auch die Queen und Charles, äh, und Charles sei schon und Philipp. Ja, also das ist tatsächlich unter Musikern bekannt, dass die St. Paul's Cathedral eine sehr, sehr gute Akustik hat. Also mein Papa ist ja selbst Kirchenorganist und der schwärmt auch mal von der Akustik in der St. Paul's Cathedral und von der Orgel, by the way. Also wenn ihr mal dort seid, es lohnt sich auf jeden Fall, das sich auch mal anzugucken. Wobei die Westminster Abbey natürlich auch besonders ist. Genau, und das hat Charles ja dann auch so gemacht, hat es dann auch so ausgesucht, auch welche Lieder gespielt werden und so weiter. Und das hat er eigentlich schon ganz gut gemacht. Und die, was toll ist an der St. Paul's, finde ich, ist die Treppe. Also es gibt ja ein, es gibt ein Foto von der Dai, wo sie sich noch einmal so umdreht, dem Kleid. Und die Treppe ist halt toll da vorne dran, das muss man schon sagen. Die hat Westminster Abbey halt leider nicht. Also so eine tolle Treppe. Und ich finde ja, weil ich doch in Mainz bin, ne? In Mainz gibt es auch eine Kirche und zwar, das ist die Christuskirche. Und ich finde, die geht ein wenig in die Richtung von St. Paul's, wenn man sich so ein bisschen... Die Christuskirche ist tatsächlich auch für ihre Akustik bekannt. Also von innen nicht ganz so schön, aber ja, auf jeden Fall definitiv vergleichbar mit der St. Paul's Cathedral, was die Akustik angeht. Und die Kuppel ist sehr, also die Bauform ist total toll, die übrigens nur mal so als kleiner Einschub gebaut wurde, als Pendant zum Mainzer Dom. Dass da im Prinzip nochmal so ein optisches Highlight ist und auch, sagen wir mal, die evangelische Kirche nochmal so und protestantische Kirche nochmal so präsentiert wird und repräsentiert wird. Nur mal so. Also wenn man nach Mainz kommt, kann man sich mal die kleine St. Paul's Christuskirche angucken. Also wenn ihr heiraten wollt, Max? Ja, wobei innen drin ist die Christuskirche jetzt nicht so toll, weil sie ist auch sehr stark zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen ist sie drin halt ein bisschen, sagen wir mal, 80er Jahre sehr... Und St. Paul's ist sehr schön einfach innen drin. Klar, die sind nicht zerstört worden. Also St. Paul's ist eine sehr schöne Kirche drin auch. Aber ich finde das spannend, weil man immer nur hört, es wurde dorthin verlegt, weil in die Westminster Abbey einfach nicht genug Gäste passen. Auch. Nee, also in der Westminster Abbey gehen auch viele rein. Also der primäre Grund war tatsächlich die Akustik. Ach, das ist doch ein guter Grund. Es war ja eine royale Hochzeit und natürlich waren da auch andere Königshäuser zugegen. Wer war denn genau alles anwesend an diesem Tag? Naja gut, alle im Prinzip, die man halt kennt, also aus den Monarchien damals, ja, die dann sozusagen, die es gab. Aber interessanterweise ist es natürlich auch so, dass auf der linken Seite, wenn man reingeht in die St. Paul's, saß Camilla. Die war auch mit reingeladen. Und es heißt ja immer so nach dem Motto, Diana sei geschockt gewesen, weil sie sie hat da sitzen sehen. Natürlich wusste Diana, dass Camilla kommt. Und das ist jetzt so, das wird dann halt auch wieder so, ne, so nach dem Motto, ein Skandal, Camilla mischt sich unter die Hochzeitsgäste und so. Das stimmt alles gar nicht. Sie war offiziell eingeladen und das hat der Charles auch so, so bestimmt. Ja, das muss man jetzt auch nochmal so sagen, wenn wir so nochmal so in Richtung Camilla denken. Ja, dass man so denkt, Gott, wie kann die, wie kann sie nur? Aber gut, kann man natürlich auch sagen, sie hätte es ja ausschlagen können. Sie hätte ja sagen können, ich komme nicht. Ich meine, und man muss natürlich auch wieder sagen, muss man auch wieder das aus Camillas Sicht sehen. Die Liebe ihres Lebens läuft vor laufenden Kameras, vor Millionen von Menschen, heiratet er eine andere Frau. Und Diana sieht Camilla da sitzen, ist natürlich auch, gerade mit diesem, mit, was vorher war, mit diesem Armband und so. Weil die hatten ja immer so diese Spitznamen, sie nannten sich, also Gladys und, ich muss immer nach, Fred, da stand es da drauf. Und ja, also dieses Armband und der Charles, der sich nicht großartig viel um Diana auch im Vorfeld gekümmert hat, wie man es normalerweise vor einer Hochzeit vielleicht so machen würde, wie man es sich vorstellt, so war es dann halt einfach nicht. Und am Vorabend gab es eine Party mit 800 Gästen und da soll Charles auch mal weggegangen sein. Und da kann man sich jetzt überlegen, wo er hin ist. Ja, überlegen wir mal, wo wird der gute Mann gewesen sein? Ja. Ja, es ist schon ein Trauerspiel. Es sind ja noch einige andere Sachen nicht ganz so rund gelaufen an diesem Tag. Es gab ja auch zum Beispiel Probleme mit dem Kleid. Also als Diana ausgestiegen ist, wie war da so die Reaktion und was war passiert? Naja, gut, ich glaube, die Designer, die waren, die waren ja auch vor Ort. Also die haben ja sie sozusagen in Empfang genommen an der St. Pauls und die haben einen Schock gekriegt. Wobei ich sagen muss, ich dachte, es muss so sein, weil das war ja sowieso diese Seite. Ja, das war ja diese Seite und dieser viele Stoff, dass der so geknittert war. Ich glaube, das ist kaum jemandem aufgefallen, sondern man hat gedacht, das ist so mit diesen ganzen Rüschen und diesen ganzen, ja, was da so alles dran war. Aber ich muss sagen, ich habe das Hochzeitskleid ja gesehen im Original, letztes Jahr in der Ausstellung im Kensington Palast. Und als ich das Kleid sah, war ich ein bisschen, sagen wir mal, enttäuscht. Ich habe es mir viel pompöser vorgestellt, komischerweise. Aber ich glaube, es liegt daran, weil da die zarte Dye drinsteckte, die viele Kilos abgenommen hatte. Man musste das Hochzeitskleid ganz oft wieder ändern, weil sie immer wieder schmaler, schmaler, schmaler wurde. Und deswegen, glaube ich, so im Verhältnis Dye und Kleid, dachte ich mir, das Kleid ist viel, viel größer und so. Und die Dye hat sich dann auch noch Parfüm drüber geschüttet. Das war so ein kleines Malheur. Sie wollte sich aufs Armgelenk machen und dann ist es so ein bisschen auf die Seite gekommen. Aber selbst das in diesen ganzen Faltenmeer und Rüschenmeer, also, ist nicht aufgefallen. Diese Ausstellung, die auch interessant war, da war aber der Schleier nicht dabei, sondern nur das Kleid und im Prinzip diese, ja, diese Schleppe, ne, so. Aber es ist ein sehr schönes Kleid und es ist ja eher cremefarben, es war ja nicht schlo-weiß, ne. Vielleicht war das auch schon ein Zeichen. Ja, vielleicht. Dabei hätte gerade Diana doch eigentlich ein blütenweißes Kleid tragen können. Eigentlich ist sie schon, ja. Ja, und dieses Kleid wurde ja immer wieder abends, also die Emanuels, wo die das also gefertigt haben, das war ja unterm Dach irgendwo, ne, in so einer, in so einer, sagen wir mal, jetzt nicht so schicken Atelier, tolles Atelier, sondern also schon so ein bisschen üsselig, sage ich jetzt mal. Und es gab noch so ein Ersatzkleid, ein Ersatzhochzeitskleid. Und jeden Abend, also an jedem Abend wurde dieses Kleid genommen und in ein Safe geschlossen. Das blieb da nicht in der Wohnung hängen, von, äh, das Hochzeitskleid. Sondern es kam in ein Safe. Ja, das ist total verrückt. Also ich glaube, das können wir uns heute wirklich gar nicht vorstellen, was für ein Auffriss es um dieses eine Kleid gab, dass man sogar dachte, okay, wir brauchen ein zweites Kleid. Weil falls es rauskommt und die Leute wissen, wie es aussieht, dann ist es nichts mehr. Wir brauchen eine Alternative, aber ich würde echt gerne mal wissen, wie die Alternative aussah. Ja, es war, es war auch, ja, es war auch, es hatte auch Rüschen und es war auch aus Seide, aber es war viel schlichter als das Original. Das hätte wahrscheinlich besser in die Kutsche gepasst. Hätte man besser mal das genommen, ne? Wahrscheinlich hätte man das genommen, ja. Obwohl ich das halt wirklich immer noch super strange finde. Ich meine, das ist dein Moment als Designer, weißt du? So, das ist wirklich ein Moment, wer bekommt diesen Moment denn im Leben? Praktisch niemand. Und er kommt auch niemals wieder. Und dann nicht mal dran zu denken, so, hey, wie viel Lagenstoff können wir eigentlich benutzen? Oder auch die Art des Stoffes. Also habe ich einen Stoff, der knittert? Habe ich einen Stoff, der nicht knittert? Also, dass sie da irgendwie gar nicht weiter gedacht haben, ist für mich so merkwürdig. Wahrscheinlich wollten sie sich was Großes, haben sie sich wahrscheinlich vorgestellt. Und wahrscheinlich ging das nur mit diesem Stoff. Aber da seid ihr ja die Expertin. Wahrscheinlich war das nur möglich, mit diesem Stoff irgendwie dieses Kleid so zu entwerfen. Also, dass es auch dann so aussieht letztendlich, ne? Ne. Aber dieser Hochzeitstrauß, der war ja auch, also, sagen wir mal, oder das Brautstrauß war ja auch irgendwie, der war auch voll 80er, aber der hat auch zu diesem Kleid gepasst. Aber der ging fast unter. Da waren irgendwie so Orchideen drin und so. Und komischerweise erinnert mich mich gar nicht mehr so an den Brautstrauß. Weil nämlich der Brautstrauß zum Beispiel von an Cates Brautstrauß oder an Meghans Brautstrauß, an den kann ich mich komischerweise erinnern, weil die Kleider halt etwas zurückgenommener waren, ne? Aber der Brautstrauß bei der Dai, keine Ahnung mehr, also wie der richtig aussah, ne? Ach so, und in jeden und in allen Brautstraußen, also gerade im britischen Königshaus, ist immer ein Myrtezweig mit drin. Stimmt, das habe ich auch bei, ja, das habe ich bei Meghan damals gelesen. Genau, also so der Symbol der Liebe, genau. Und das wurde aber, es kommt auch aus der Zeit von Victoria, also König Victoria hatte das auch. Und es kommt von Prinz Albert, ne? Der ja deutsch war. Und meine Mutter zum Beispiel hatte ein Myrten-Kränzchen sozusagen. Das war auch ganz normal, dass irgendwie Myrte verarbeitet wird bei einer Hochzeit. Und Floristen oder Floristinnen, muss man jetzt auch noch sagen, die sich gut auskennen und einen Brautstrauß machen, sollten ein Stück Myrte da schon reinmachen. Sag ich jetzt mal, so als Tipp. Merkt das euch für eure Hochzeit? Ein Stück Myrte. Also diese Myrte ist von einem Strauch noch aus der Zeit von König Victoria, der gehegt und gepflegt wird, weil man immer wieder aus diesem Strauch ein Stück Myrte rausholt. Gott, ich liebe sowas. Das ist so cool. Das ist fast so cool wie der Ehering, über den wir später... Jetzt stellt euch mal vor, da kommt jetzt irgendwie so wie der Buchsbaumzünsler oder wie der heißt und zerfrisst diesen armen Myrten-Strauch. Gottes Willen! Also mein Papa wird jetzt wieder sagen, also mein Papa ist Marketing-Manager und der sagt mir so, immer wenn ich mit solchen Storys komme, so ist das nicht süß, sagt er immer so, das ist die beste PR-Masche überhaupt, das ist nur eine Marketing-Story. Wahrscheinlich ist das irgendein Myrten-Strauch irgendwo aus dem Supermarkt. Das wird jetzt mein Papa dazu sagen, das ist ein Strauch von Victoria natürlich. Aber ich glaube das. Also sagen wir mal so, selbst wenn es jetzt nicht so wäre und es wäre tatsächlich von dem Holländer um die Ecke, ist doch auch nicht schlimm. Aber zu einer waschechten Prinzessin, die Diana am Ende des Tages ja werden sollte, gehört natürlich eine Krone. Und sie trug ja eine Krone, also was heißt eine Krone? Eine Tiara. Na, obwohl eine Tiara ist eine Krone, es ist eine Krone. Sie trug eine Krone an diesem Tag und zwar die ihrer Familie, die Spencer-Tiara. Ein wunderschönes Stück. Und wir haben, also wenn diese Folge rauskommt, habt ihr wahrscheinlich schon unsere große Diana-Folge gehört über Dianas Modemomente. Und da haben wir ja auch schon ein paar Worte zur Spencer-Tiara, glaube ich, verloren, weil die trug sie ja im Laufe ihres Lebens. Mehrfach, ja. Das ein oder andere Mal. Aber kein Wunder, wenn ich diese Tiara hätte, ey, ich würde sie jeden Tag zum Einkaufen tragen. So ein hübsches Ding. Ja. Und ich finde, es passt schön zur Hochzeit. Und irgendwie gefällt mir das auch, dass sie ein Stück ihrer Familie getragen hat. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich meine, die royalen Kämmer sind ja voll von Schmuckstücken, die sie hätte tragen können. Aber dass sie sagt, nein, ich, Lady Diana Spencer, nehme eine Krone meiner Familie, das ist irgendwie so was Eigenständiges, was sie damit einbringt. Das finde ich irgendwie sehr schön. Und im Kensington Palast waren auch im vergangenen Jahr einige Diademe ausgestellt nochmal. Also die werden immer wieder sozusagen rausgeholt aus der Schatzkammer und werden immer so teilweise ausgestellt und gezeigt und dann wieder ausgetauscht. Also da gibt es einige, die man zum Austauschen dann auch hat. Oh ja, da hat man wirklich einige. Wie ist das eigentlich bei Royals? Also haben die auch so Brautjumpfarn, Trauzeugen, sowas? Ja, Brautjumpfarn gab es da auch, die mit da reingelaufen sind. Diese Kleider waren in so einem blau-lila. Also die waren voll 80er. Also man muss sagen, die waren vorne dabei. Heute würde man sagen, obwohl, vielleicht ist es heute wieder modern. Man weiß es ja nicht. Es kommt ja alles wieder. Ja, und es gab ja dann auch die Kleinen, die zwar meistens waren das Nachkommen oder Kinder von Cousins und Cousinen und so weiter, die dann sozusagen die Blumen gestreut haben. Das gab es natürlich auch. Das finde ich immer ganz süß. Das ist so schön. Ja, ich denke einfach, so was so im Vorfeld alles gelaufen ist und dass es dann letztendlich in diese Ehe gegangen ist. Also da hat auch, finde ich, Dai auch viel mitgemacht. Und auch, dass Charles einfach gesagt hat, ich gehe jetzt mal wochenlang auf eine Reise, Neuseeland, bis in Australien, komme dann wieder und gucke dann mal. Also auch so dieses, sagen wir mal, teilweise auch Desinteresse, muss man sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite konnte er ja wahrscheinlich auch gar nicht anders. Muss man halt auch mal sagen. Ich will jetzt halt auch noch mal einen Schutz nehmen. Ja, man kann schon sagen, die Hochzeit oder die Ehe stand einfach nicht unter einem guten Stern. Das ist einfach so. Ja, es ist einfach so. Kann man nichts machen. Aber es ist trotzdem so gewesen, sie haben trotzdem geheiratet. Sei es drum. Aber bei der Hochzeit, also bei der Eheschließung ist auch was schiefgelaufen, oder? Jemand hat sich, glaube ich, ein bisschen verplappert. Ja, versprochen. Die hat im Prinzip den Namen von Charles falsch, also sie hat den falschen Namen gesagt. Und es war aber der Name von Philipp. Und dann sagt er so, muss wohl Charles gesagt haben, so nach dem Motto, heiratest du jetzt meinen Vater, ne? Also es war schon so ein bisschen. Aber gut. Ich meine, bei diesem langen Namen, das ist, da kann man sich auch mal versprechen. Und die haben ja am Tag vorher das Ganze geübt, also wie man läuft und wie schnell man läuft oder wie langsam man läuft, wenn man einläuft und so weiter. Da ging es ihr auch schon nicht so gut. Aber ihr ging es auch deswegen nicht so gut körperlich, weil die hat wahnsinnig an Gewicht verloren. Die hatte ja damals schon an dieser Essstörung gelitten. Und ja, sie war einfach kreislaufmäßig und körperlich einfach nicht gut beisammen. Das muss man einfach mal sagen, ne? Und komischerweise, als die Hochzeit war und übertragen wurde, ist es eigentlich keinem so richtig aufgefallen. Das ist erst Jahre später. Es hat mal irgendjemand diese Doku, beziehungsweise nochmal die Filmaufnahmen von der Hochzeit nochmal gesehen. Und dann ist aufgefallen, dass sie den Namen also durcheinander gebracht hat, sage ich jetzt mal. Sie nannte ihn ja dann, das ist auch geil, sie sagte nicht Charles Philip Arthur George, sondern sie vertrete. Sie sagte Philip Charles Arthur George. Und deswegen sagt die, ob sie den Vater heiraten wollte. Also ich hätte lieber Prinz Philip genommen, aber naja. Naja, und sie hat sich, was sie halt noch bestimmen konnte, dass sie halt gehorsam ist, ne? Diesen Passus hat sie rausschneiden, beziehungsweise hat sie rausstreichen lassen, dass sie nicht ihren Mann gehorcht. Und das ist seitdem auch nicht mehr drin. Das hat zum Beispiel bei den anderen Hochzeiten so vor, stand dieser Passus immer noch drin, dass sie ihrem Mann zu gehorchen hat, ne? Also diese, bei diesem Ehegelübben. Stimmt. Übrigens nochmal bei den, ich überlege gerade, bei den Brautjungfern, weil ich gerade nochmal drüber nachgedacht habe. Da war, müsste eine Enkelin dabei gewesen sein von Winston Churchill. Die war eine Brautjungfer. Stimmt. Ne? Ich meine, sie ist ja auch verwandt mit Winston Churchill, was ziemlich cool ist. Ja, so. Über ein paar Eckchen. Aber sie haben sich trotz Namensversprecher und so weiter und so fort das Ja-Wort gegeben und Ringe getauscht. Wie sahen denn die Ringe eigentlich aus? Sind die nicht aus irgendeinem besonderen Gold oder sowas? Ja, das ist dieses walisische Gold. Das ist immer so ein Klumpen, sag ich jetzt mal. Und daraus wurde dann halt der Ring sozusagen gemacht, gegossen. Das ist was ganz Besonderes dann nochmal, ne? Und ist es nicht so, berichte ich mich gerne, weil das habe ich vor Jahren gelesen und weil ich meine, dass deren Hochzeitsringe von Harry und Meghan aus dem letzten Stück von diesem walisischen Gold gegossen wurden. Irgendwie sowas. Ja, das stimmt aber. Ja, das stimmt. Also ja, ja, das, was noch übrig geblieben ist sozusagen. Okay, gut, habe ich es richtig. Weil ich meine es nämlich damals gelesen zu haben und habe mir gedacht, nein, Leute, macht das nicht, weil die Ehe geht hundertprozentig schief. Und dann haben wir dieses schöne walisische Gold verschwendet. Und merkt euch meine Worte. Es wird so kommen. Aber gut, Gold kann man ja auch wieder einschmeißen. Das stimmt. Ich hätte es lieber aufgehoben für George oder für Charlotte oder so. Das hätte ich gemacht. Aber naja, mich fragt ja keiner. Es ist ja schon cool, dass die Eheringe, weil beim Verlobungsring war es ja so, dass sich alle so gewundert haben, dass das praktisch so ein Ring von der Stange ist und so weiter. Ja, ja, den hat sie ja selbst ausgesucht. Ja, den hat sie ja selbst ausgesucht. Ja, den hat sie selbst ausgesucht, aber aus einer Kollektion. Also das ist halt keine Special-Anfertigung nur für sie, haben sich ja viele gewundert. Und ist ja cool, also ist ja sehr schön, dass bei den Eheringen das sowas Besonderes ist. Ja. Hat ja auch nicht jeder. Das stimmt. Aber dann kommen wir auch gleich mal zum Thema, das wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Jetzt war Diana also mit dem Thronfolger verheiratet. Dann stellt sich ja die Frage, wie sprechen wir sie an? Wer ist Diana? Was ist Diana? Also den Namen, also was heißt der Name? Den Titel Lady hat sie ja durch ihren Vater. Genau. Aber ist sie jetzt eine Prinzessin? Er ist ja Prince of Wales und sie wurde dann halt Princess of Wales, weil sie halt adelig ist. Was jetzt bei Prince William halt nicht der Fall ist. Also da kann Kate einfach keine Prinzessin werden, weil sie eben nicht adelig ist. Es ist auch so, wir sind die einzigen in Deutschland, die noch Lady Di sagen. Also wenn ich in Briten, Großbritannien zu meinem geschätzten Kollegen Joe Little sage, hier Lady Di, lacht er sich immer, also lacht er sich nicht kaputt, aber er denkt immer so, er sagt zu mir, hier sagt kein Mensch Lady Di in Großbritannien. Man sagt immer entweder Diana Spencer, also man geht eher so auf diese Nummer rein. Oder auch immer noch Princess Di sagt man auch immer noch oder Princess Diana oder nur Diana, aber keiner sagt Lady Di. Das machen nur wir Deutsche. Das ist ganz interessant. Ja, oder es ist genauso mit Kate. In Großbritannien sagt niemand Kate, wie wir Kate sagen, sondern sie ist Catherine. Keiner sagt Kate. Nobody, nur wir. Okay, also stimmt das wirklich, dass sie zur Prinzessin gemacht wurde, also können wir sagen. Ja, ja, sie hat den Titel dann bekommen, so wie die Meghan Herzogin geworden ist, hat sie den Titel bekommen. So, genau. Oder Kate, die auch Herzogin geworden ist. Aber jetzt haben wir die Eheschließung ja eigentlich schon hinter uns gebracht. Aber der Tag war ja noch lange nicht vorbei. Wie ging es denn genau weiter? Also wo sind sie danach hingefahren? Und was gab es da vielleicht zu essen? Was hat man da gemacht, wo sie hingefahren sind? Weißt du darüber irgendwas? Naja, es kam, sie saßen ja dann in der offenen Kutsche und sind dann von der St. Paul's Cathedral zurück zum Buckingham Palace. Hunderttausende säumten den Weg und wollten das natürlich sehen. Und man sieht, es gibt noch Bilder, wie im Prinzip der Zeitpunkt kommt, wo sie auf den Balkon kommen sollen. Und wo dann im Prinzip alle sozusagen wie so eine Menschentraube auf den Buckingham Palace zuläuft. Um das einfach dann zu sehen, wie sie sich dann kurz küssen. Das sind aber die schönsten Momente. Und natürlich, und dann von dem Abend ging es dann halt auch nochmal direkt dann im Prinzip in die Flitterwochen. Nicht so wie bei uns, dass man am nächsten Morgen noch frühstückt und dann irgendwann Wochen später in die Flitterwochen geht. Oder wenn es ganz gut läuft, vielleicht zwei Tage später oder so. Aber da geht es direkt am Abend, ging es direkt zur Waterloo Station, der Bahnhof. Und dann ging es in den Royal Train und dann ging es direkt die Flitterwochen. Aber für die beiden ging es in die Flitterwochen, aber für die Gäste, die hatten doch bestimmt eine coole Party, oder? Mit gutem Essen und so weiter. Und da interessiert mich natürlich als allererstes, wie war die Hochzeitstorte? Die Hochzeitstorte war sehr pompös, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie so kleine Torte, ist ja klar. Aber es waren auch nicht diese dreieinhalbtausend Gäste, die bei der Hochzeit oder bei der Vermählung in der Kirche waren, waren nicht gleichzeitig auf dieser Party. Da wird ja dann auch nochmal unterteilt. Dann ist es nochmal ein innerer Kreis, der dann sozusagen feiert. Da waren auch die Abkürzungen von Charles und Diana waren natürlich auch auf dieser großen Torte, dieser besonderen Torte. Und es gab insgesamt, es gab ja nicht nur eine Torte, wie es bei ganz normalen Menschen ist, sondern es gab 27 Hochzeitstorten. Also von daher, es gab wirklich viele, viele, viele Sachen. Und dann halt diese eine Haupttorte und die ganzen Nebentorten sozusagen. Die Nebentorten, das möchte ich bei meiner Hochzeit bitte auch. Ich möchte eine Torte und der Rest, das sind die Nebentorten. Und diese Haupttorte wurde von Marine-Soldaten kreiert und man brauchte dafür, um die Eier allein zu schlagen, eine halbe Stunde für diesen Kuchen. Und auf dieser Torte waren dann die Abkürzungen Charles und Diana und die Familienwappen, aber auch von Spencer war das Familienwappen da auf dieser Haupttorte drauf. Und was ich ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich darf es mal so platt ausdrücken, ein bisschen eklig finde. Man friert ja immer so einen Teil von der Torte dann ein und die man dann wieder auftaut zur Taufe der Kinder. Und da denke ich mir immer nur so, naja, die werden ja dann auch teilweise versteigert, gibt es ja auch immer wieder. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mir so eine olle Torte da irgendwie... Bei der Taufe war das ja krass. Ich kenne das so, dass man das am ersten Hochzeitstag nochmal rausholt und dann das letzte Stück als so ein Glücksbringer sozusagen am ersten Hochzeitstag ist. Das ist ja interessant. Aber das gibt es auch. Ja, bei dem, bei diesem einen, ich glaube, bei dem, war das beim ersten Hochzeitstag, da haben die ja nochmal das, nochmal einen Teil der Torte angeschnitten. Aber dann wird trotzdem nochmal ein Teil, das ist immer noch eingefroren. Einfach für spätere, besondere Events, sage ich jetzt mal, in der Familie. Die Könige machen verrückte Dinge. Aber es gab doch bestimmt noch mehr Essen, oder? Also ich liebe auch einfach Hochzeiten, ich will alles wissen. Was haben sie gegessen? Gab es gute Musik, wurde getanzt, war es ein Ball oder war das nur ein Essen? Erzähl uns einfach alles. Die richtige, also ich glaube, die richtig coole Party war am Abend vorher der Hochzeit. Am Abend davor mit, ich meine, sechs oder 800 Gäste im Buckingham Palace. Und da hat Hot Chocolate, ist da aufgetreten und hat da Musik gemacht. Hot Chocolate? Oh mein Gott. Mhm, genau. Gott. Jetzt bin ich aber echt ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Hot Chocolate ist, also, ich weiß nicht, wir hatten es bestimmt schon mal irgendwann davon. Aber ich liebe diese Musik aus dieser Zeit, so als Hot Chocolate auch modern war und so. Oh, der Hänger, geil. Also der Hauptgrund war, dass Dai das so wollte und dass natürlich, wenn Dai ruft, kommt natürlich dann auch, dann kommt natürlich Hot Chocolate. Hot Chocolate, das ist halt dann so, ich meine, also diese Essen sind einfach, also zum Beispiel bei dieser Party ist es natürlich, da ist es meistens so Flying Buffet, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht irgendwie so Fünf-Gänge-Menü oder so, sondern da ist einfach die Basis auf, sagen wir mal, auf die Party gerichtet und das Hot Chocolate halt dann auftritt und so. Aber ich meine, jetzt haben wir ja schon einiges gehört über auch die Feier selbst und natürlich auch die Hochzeitszeremonie und natürlich, dass Hot Chocolate da war. Und da interessiert uns natürlich auch, ob man weiß, wie viel das Ganze gekostet hat und wenn ja, wie viel es denn war letztendlich, weil es wird ja schon keine billige Hochzeit gewesen sein, so wie sich das anhört. Ja, das kann ich dir genau sagen und zwar 57 Millionen Pfund. Und es ist, William und Kate haben nur 23,7 Millionen gekostet und Meghan, Meghan war ein bisschen teurer, das waren bei 32 Millionen. Natürlich war Meghan teurer. Ich hätte euch auch sagen können, dass Meghan teurer ist. 32 Millionen. Obwohl sie die Hochzeitsfeier-Location quasi geschenkt bekommen haben, die mussten dafür ja gar nicht zahlen. Ja eben. War ja von Charles, ne, in Windsor, also von daher. Ja, so ist das. Und hat es sich gelohnt dafür, dass man sich eh wieder scheiden lassen wird? Also ich glaube, wenn Harry schlau ist, lässt er sich nicht scheiden. Der Vertrag wird knallhart sein. Also Meghan wird festgelegt, also ich würde mir, also das ist so, was ich gehört habe, dass Meghan sich das hat reinschreiben lassen, auch gerade was die Kinder betrifft, was da passiert, dass er sie da nicht mehr sehen kann oder wie auch immer. Also, ja. Aber ihr habt es ja auch mitbekommen, ne, der Netflix-Deal ist, also der Film über diese zwölfjährigen Mädchen ist leider... Also es wird nochmal spannend werden, denn beim Jubiläum hat sich ja der Vater von Meghan angekündigt. Und der will nach London kommen. Er möchte ja gerne mal mit Charles sprechen und so. Naja. Wir werden sehen. Aber... Ich meine, für ihre Familie kann sie nichts und das tut mir auch wirklich leid, dass die dauernd so ein Affentheater machen. Aber ich finde sie einfach nur grauenhaft und es wird nicht gut gehen, liebe Leute. Also wirklich, merkt euch meine Worte. In fünf Jahren sitzen wir hier. Ja, ich glaube, fünf Jahre ist ein realistisches Szenario. Ich glaube, es dauert länger. Länger, glaube ich, geht es nicht. Ich glaube, es dauert länger, aber wir werden sehen. Ich glaube halt, dass er sehr lange... Ja, na, fünf... Ich glaube halt, dass er sehr lange an ihr festhalten wird. Also ich glaube, er wird schon schneller die Nase voll von ihr haben, aber es wird noch einige Jahre dauern, bis er geht. Und die Frage ist ja, ob die auch kommen, ne, zum Jubiläum. Das wird auch nochmal spannend, zum Thema Sicherheit, ne, weil er sagt, er ist ja da nicht so richtig sicher. Und übrigens nochmal zum Thema Sicherheit. Man muss dazusagen, wegen der Kosten, um da wieder mal den Bogen zu spannen, also zum Thema Kosten für eine Hochzeit, da sind die höchsten Kosten, also wenn man sich die Kosten ansieht, sind die Sicherheitskosten. Also wie viel Polizei im Einsatz ist, was da abgesichert werden muss, ne. Und gerade, wenn halt hohe, hochrangige Gäste da auch sind, wie in der St. Paul's Cathedral, ich meine, die müssen auch, die kommen an irgendwo, die müssen irgendwo hingeleitet werden, die müssen irgendwo wohnen, sie müssen dann wieder zur Hochzeit, also zur Vermählung, sie müssen da wieder weg. Diese, also entlang der Straße, Millionen sind da auf der Straße, man muss die irgendwie in den Zaum halten. Also da sind ja tausende Polizisten im Einsatz und diese Sicherheitskosten, die gehen ganz schnell hoch, ja. Das muss man halt auch sagen. Ja. Und von daher ist es natürlich, es ist jetzt nicht irgendwie das Essen und das Kleid gewesen, was es hat so teuer machen lassen, ne. Oder Hot Chocolate, dass die so viel Geld wollten, ne. Aber ich glaube, das vergessen wir heute auch öfter, dass die 80er Jahre in Großbritannien auch echt eine turbulente Zeit waren. Also du hast ja auch noch die ganzen Proteste. Also es war ja, also sie hatten ja. Genau, und Attentate durch die IA. Also das sind ja auch reale Gefahren, die da noch waren. Ja, und du konntest halt nie mit rechnen, ob da irgendwo eine Demonstration irgendwie kommt, weil die Briten waren wirklich gerade in der Zeit, ja, durch diese krassen wirtschaftlichen, ja, Verhältnisse so, also ging es echt schlecht, ne. Da hätte man schnell, ja, diese Hochzeit in, ja, in eine Demo umschlagen können. Aber wobei diese Hochzeit für die Briten natürlich auch nochmal so ein Schub war, zu sagen, es geht bergauf und wir haben eine schöne Hochzeit und wir freuen uns auf den Tag und bis zu zwei Millionen waren da in London, haben sich die Hochzeit angeguckt. Also von daher war das nochmal so ein Push, sag ich mal, oder so ein Booster, um aus dieser desolaten wirtschaftlichen, ja, Lage des Landes da nochmal irgendwie auch eine Hoffnung am Horizont zu haben, so nach dem Motto, ne. Als sie dann auch weggeflogen, also auch in die Flitterwochen ja sind, ne, dann sind die ja nochmal an Bord der Britannia gegangen und zwar da auf, also bei Gibraltar. Gibraltar, also sie sind nach Gibraltar tatsächlich geflogen, aber sind direkt auf die Britannia drauf und dann dachte ja Dai, super, ich hab Zeit mit Charles und da war es gar nicht so, sondern da waren ja tausend Leute drumherum und dann, das Ganze gipfelte ja dann noch darin, dass sie dann mit ihm auch nochmal nach Balmoral musste, ne, aufs Schloss. Und sie mochte dieses Schloss halt so gar nicht, nochmal mit der Familie. Also das war für sie auch nochmal, da wurde sie auch, ja, wie soll ich sagen, ganz hart in die Realität geführt, sag ich jetzt mal. Dass es jetzt nicht so ist, wir fliegen jetzt mal irgendwie auf die Malediven, haben da zwar vielleicht 15 Security-Leute um uns herum und irgendwie Privatsekretär und Butler und was weiß ich, Anzi Dame oder wie auch immer, sondern das war einfach, ja, also romantisch ist anders. Das muss man leider sagen. Und Dai war ja, also wenn man ihren Beschreibungen oder die Menschen, die sie beschreiben, glauben mag, sehr romantisch dann doch im Kern veranlagt, ne, und wollte es eigentlich schön haben, diese Märchenhochzeit. Sie wollte genau diese Hochzeit, wie sie dann war mit diesem Kleid, wollte sie auch so. Wenn man Romantik will, sollte man halt keinen Charles heiraten. Also das ist auch vielleicht ein Tipp für alle Frauen da draußen, das sagt meine Mama nämlich immer, du kannst nicht einen Apfel heiraten und dich dann tagtäglich beschweren, dass er keine Birne ist. Weil das ist wirklich was, was viele Leute machen, die nehmen sich jemand und wollen den dann ändern von Grund auf, aber das geht halt nicht. Wobei aber man sagen muss, dass sich Charles und Camilla ihre Rückzugsorte immer geschaffen haben. So ist es nicht, also es ist nicht so, dass Charles irgendwie der gefühlskalte Typ ist oder das nicht kann und nicht will, sondern mit Camilla hat er sich schon seine Auszeiten geschaffen. Wenn er halt ein warmer, herzlicher Mensch gewesen wäre, so wie Diana sich das gewünscht hätte, hätte er auch Diana anders behandelt. Egal, ob er jetzt eigentlich jemand anderen liebt oder nicht, er hätte ihr auch was anderes hingegen gebracht. Mehr Liebe, mehr Offenheit, mehr Wärme, aber das hat er nicht. Und das ist eben der Punkt, also ich kann ja nicht so einen Mann mir wünschen, aber dann einen komplett anderen heiraten. Also da stimmt dann halt was nicht, das kann nicht klappen. Also ich glaube einfach, es war einfach in den, um auch mal Charles' Schutz zu nehmen, das, was er maximal konnte, ja, das, was er maximal konnte, angefühlen. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, man wächst in dieser Familie ja nicht total emotional auf. Also man muss ja ganz oft mit seinen Emotionen zurückhaltend sein und sie nicht zeigen. Und wenn man sie zeigt, dann ist es schwierig und so, hat sich bestimmt jetzt geändert. Also George, Charlotte und Louis werden ganz anders aufwachsen, das ist auch klar. In den Zeiten war das klar, da gab es es nicht. Und deswegen war das für Charles dann auch begrenzt, auch wahrscheinlich die Emotionen, die Liebe oder was auch immer, was er hatte, dann frei rauszuwerfen. Also ihr versteht, was ich meine. Also ich glaube einfach, da muss man ihn schützen. Ja, man merkt einfach, dass halt keinerlei Kommunikation stattgefunden hat, finde ich. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Diana dann letztendlich für Vorstellungen hatte, aber es wurde offensichtlich echt nicht gut kommuniziert, was hier die Erwartungen von beiden Seiten waren. Ja, aber das hätte er ihr vielleicht mitteilen müssen. Also, das ist echt witzig, weil ich bin kein großer Diana-Fan. Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, ich bin von gar niemand von denen Fan. Also ich habe mit all den Leuten ein Problem, außer mit der Queen. Ich verehre die Queen, aber sonst finde ich sie alle schwierig. Aber ich finde, dann hätte man anders drüber reden müssen. Also hätte er sich jetzt wirklich mit ihr an den Tisch gesetzt und hätte gesagt, hey Diana, das passt irgendwie super gut. Du bist royal, ich bin royal, passt alles klasse, unsere Familien finden das super, heiraten wir. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Wir werden keine Liebesheirat haben, keine Liebes-Ehe haben. Das sind nur Verpflichtungen und so weiter. Dann hätte sie sich das ja überlegen können, weißt du, hätte sagen können, will ich das, will ich das nicht. Also hätte man halt mit offenen Karten gespielt, wäre es ja anders gewesen. Aber sie zu heiraten, das sieht man in diesem Verlobungsinterview sehr, sehr gut, dass sie sehr verliebt war. Und dieser Schock darüber zu verstehen, dass er sie eigentlich nicht liebt, das war richtig schlimm. Und ich glaube, hätten sie da, ich weiß nicht, das fühlt sich für mich ungut an, da so ein junges Mädchen, guck mal wie jung, die war 19. Das ist ja noch ein Kind. So ein junges Mädchen zu nehmen, die da reinzuziehen. Und, weißt du, auch so schnell, das ging ja alles so schnell, ehe sie sich versah, war sie ja schon verheiratet. Ich finde, das ist unfair von jemand, der so viel älter ist und auch so viel mehr Lebenserfahrung hat. Das ist nicht korrekt. Naja, wobei, man muss dazu sagen, sie lebt ja nicht im luftleeren Raum. Also ich meine, da gab es ja immer noch ihre Schwestern, ihre Älteren. Ja, also da muss ich jetzt auch noch mal an der Stelle, würde ich nochmal so ein Fragezeichen setzen. Und es ist ganz klar, auch schon noch in der Zeit, ist heute auch noch so, wird aber jetzt nicht so breit gesagt, die Partnerinnen des Königs oder des potenziellen Königs oder des Thronfolgers, sag ich jetzt mal, sind dazu da, um den Bestand der Monarchie zu sichern, sprich Kinder zu bekommen. Ganz einfach. Und das wusste auch Diana zu dem Zeitpunkt, dass sie dazu da ist, einfach Thronfolger zu produzieren, was sie ja dann getan hat. Also zu denken, wir bleiben jetzt kinderlos und genießen das deutsche Vita, so ist es nicht. Also sie war jung, sie war 19, aber nichtsdestotrotz gab es ja ältere Menschen, die mit ihr geredet haben. Nee, 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 aber darum geht es mir ja nicht. Also dass sie das Hofleben unterschätzt hat und dass sie da auch ein bisschen naiver und so. Also ich will sie auch gar nicht als Schutz nehmen. Ich finde auch viele Dinge, die sie gemacht hat und die Art, wie sie damit umgegangen ist, dass sie dann an die Presse geht und Interviews gibt, das sind Dinge, die gefallen mir nicht. Aber ich glaube, Charles wollte halt eine Jackie Kennedy. Wisst ihr, was ich meine? Eine, die halt still ist, die ordentlich das Leben mitführt, egal was hinter den Kulissen passiert. So eine Frau hätte er sich halt gewünscht. Aber das ist Diana halt nicht. Das war halt eine totale Fehleinschätzung. Ja. Ich glaube aber wirklich, hätte man das von vornherein anders kommuniziert. Kommunikation ist wirklich der Schlüssel im gesamten Leben. Hätte man das anders kommuniziert, wäre es anders. Pauline, aber wir sind jetzt im Jahr 2022. Verstehst du? Das ist, ja, das musst du so sehen. Ich meine, das ist 40 Jahre her. Ja. Weißt du, da gab es nicht, wir sitzen uns an den Tisch und wir besprechen das Ganze jetzt mal. Weißt du, das ist, also man kann das, sehe ich so, kannst du es nicht so sehen. Heute, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da sind ja auch die Frauen emanzipierter und sagen oder wissen wahrscheinlich schon mehr, was da kommen kann und so weiter. Aber damals, und es war auch nicht so, dass sich jetzt der Charles irgendwie an den Tisch sitzt, wie du so schön sagst, und sagt, so Dai, du weißt Bescheid, du brauchst, wir brauchen zwei Thronfolger, also mindestens mal einen, wenn es geht, klar, ein Mann wäre super und wenn es geht zwei oder vielleicht auch drei und dann hast du hier ein schönes Leben und so weiter. Also, weißt du, wie ich das meine? Ich meine, ich will jetzt auch nicht irgendwie ein Dai-Bashing machen oder ein Camilla-Fanklub eröffnen, aber ich will halt bloß, nee, weißt du, was ich meine? Oder halt, oder sagen, Charles hat sie ganz schlecht behandelt, weißt du, was ich meine? Ich glaube, man muss die immer diese verschiedenen Perspektiven sehen. Das ist vielschichtig. Vielschichtig und man muss immer die Zeit sehen. Auch wenn wir denken, ach Gott, das war ja jetzt erst. Und denkt dann, was, 40 Jahre? Ich meine, 40 Jahre, ja? Das kommt einem nicht vor wie 40 Jahre, das ist verrückt. Und ich meine, ich sage mal so, ich meine, ja, war der da noch gar nicht geboren, oder? Ja, so. Ja, seht ihr? Also! Ja, aber das war doch eine sehr, sehr schöne Folge. Vielen lieben Dank, dass du die Folge mit uns gemacht hast und uns so ein bisschen auch mit zurückgenommen hast. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Aber es wird auf jeden Fall nicht unsere letzte Folge gewesen sein. Auf gar keinen Fall. Es gibt einige royale Oberhäupter, über die wir gerne sprechen, wenn es zum Beispiel Königin Rania, oh mein Gott. Ja, aber wisst ihr, wie wir auch nochmal reden sollten, finde ich über Laetitia. Maxima? Na, Maxima auch. Aber ich finde Laetitia auch sehr spannend an der Stelle, weil ich finde... Oh, und so hübsch. Ja, und Königin Laetitia schafft es auch. Ich meine, sie trägt ja ganz oft Kleider von der Stange, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen spanischen Ketten, um es mal zu sagen an der Stelle. Und trotzdem, sie war ja jetzt erst auf dem Empfang und da hatte die, die sie dem Preis übergeben hat, dasselbe Kleid an. Also von daher... Das passiert. Das passiert, ja, genau. Also genau, und klar, wir sollten mal über den Gesprächen über... Genau, Rania ist auch toll, ne? Muss man auch schon sagen. Und so schön. Diese Frau ist so schön. Oh mein Gott. Also kommt alles gleich schon mal auf die Liste. Wir werden also Annelie hier auf jeden Fall noch 10, 20 Mal hören, mindestens. Es gibt ja Gott sei Dank genug Prinzessinnen und Prinzen, Königinnen. Ja, und man sieht auch mal die Unterschiede vom Look her. Wie die Skandinavier sich anziehen oftmals und wie sich, ja, teilweise auch die, ja, Briten, obwohl ich finde, Kate hat einen sehr guten Stil, muss man schon mal sagen. Und ich muss sagen, um jetzt noch mal ganz kurz den Bogen zu spannen zur Meghan, als Meghan Markle noch in Großbritannien war, war sie sehr gut angezogen, fand ich. Hatte sie immer, also hatte sie ein tolles, fand ich schon immer ein ganz gutes Styling. Und seitdem sie jetzt in Amerika lebt, ist es jetzt nicht mehr so, finde ich. Da zieht sie manchmal Dinge an, wo ich so denke, wo ist denn da der oder die Beraterin gewesen? Sie war schon gut angezogen. Ja, sie war gut angezogen. Also ich will sie nicht loben, aber ich meine, sie ist halt auch wunderschön. Ja, aber mittlerweile ist irgendwie, ist es schade. Also die Berater in Großbritannien oder in Europa, sage ich jetzt mal, finde ich, sind da irgendwie an der Stelle, fand ich, besser aufgestellt. Also was meinen Geschmack betrifft. Ja, wir sind ja hier natürlich auch nicht die Einzigen mit einem Podcast. Also Annelie, nochmal vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du die Folge mit uns gemacht hast. Aber hört auf jeden Fall auch gerne in Annelies Podcast rein. Sind ja ein Royal Podcast, Annelies Royale Welt. Also große, große Empfehlung. Da hat sie auch schon ein paar Folgen gemacht, auch über die Hochzeit schon. Hört da gerne, gerne auf jeden Fall auch mal vorbei. Und hört natürlich auch in alle anderen Folgen von Annelies Podcast. Die sind nämlich sehr spannend, kann ich nur sehr empfehlen. Das stimmt und ich habe jetzt ein Special aufgenommen und zwar mit einem Royal Reporter, der jahrzehntelang der Queen auf dem Fersen war, unter anderem. Und da geht es um die Staatsbesuche und andere Besuche der Queen in Deutschland. Und als kleiner Teaser, sie war auch in Mainz. 1978, in dem ungefähr, als sich Charles und Diana kennengelernt haben. Gell, das ist ja ungefähr die Ecke, ne? Also da würde ich sagen, hört da auf jeden Fall rein. Das liegt sehr spannend. Ich glaube, da höre ich nachher selber rein. Die kenne ich noch nicht, die Folge. Die neueste. Und wir verlinken natürlich auch alle anderen Folgen von dir. Hört da rein. Ich finde, Royal-Themen sind immer cool. Es ist immer spannend, immer irgendwie unterhaltsam. Also es ist immer hörenswert. Und ich werde auch beim Jubiläum sein in Großbritannien, eine Woche lang in London. Und werde mir das Jubiläum da anschauen und die ganzen Feierlichkeiten. Und es wird sonntags eine große Parade geben. Mit tausend Menschen, die da mitlaufen. Und das muss wirklich sehr schön sein, auch so was das Styling betrifft. Was euch ja auch sehr immer interessiert. So Kostüme und die Themen, die sie da besprechen sozusagen. Also in 70 Jahren auf dem Thron sozusagen das Thema sein. Das wird dann an dem Sonntag, wird das sozusagen das krönende Finale sein des Jubiläums. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, wir auch. Dann sind wir immer sehr gespannt, was es da gibt. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ja, bis bald. Mit verzüglichen Grüßen. Ciao. Tschüss ihr beiden.